So, weiter im Text. Wir sind immer noch auf dem Schatz. Wir haben uns seit dem letzten Mal nicht so viel bewegt. Ich hab noch einen Schrott für den Schuss. Das ist halt nicht so viel, ne? Ich hätte vielleicht vorher mal jemanden saugen sollen. Hey, hier ist ein One-Up. Wie komm ich da ran? Wir sind jetzt wieder an der lustigen Phase angekommen, wo ich durch Sachen erkunden darf. Das mach ich immer sehr... Auf diesem Dach kann man offensichtlich nicht stehen. Das Spiel schummelt nämlich nicht da runter. Okay, was haben wir hier für Optionen? Also wir haben... Wir können hier irgendwelchen Bullshit machen. Wir können... Wir sollen wahrscheinlich nach... Da irgendwo, nehm ich an. Wir können doch bestimmt... Bisschen doof, als ob ich nicht genug Munition für die Supersportflinte hab, weil ich damit jetzt irgendwie verschiedene Sachen nicht machen kann. Ich kann doch bestimmt, wenn ich hier irgendwie... Die Riesenzertaken waren ein bisschen groß und... Ach so, das Ding kann nur... Oder? Geht das nur in eine Richtung? Hä? Wo muss ich da rum? Hä? Verwirrung. Na gut, ist ja auch egal. Wann gibt's denn eigentlich diese Mittelmilis? Die war noch vorher auch nicht da, oder? So, da... Dann da... Die Stelle... Ich möchte hier... Oh. Ah. Okay. Ich nehme mal nicht an, dass ich hier irgendwie anders rüberkomme. Diese Balustradendächer, die sind so gemacht, dass du auf denen nicht gut stehen kannst. Ach schön. Na? Ich brauche es grad bitterlich, wenn ich mir eine Schriftflinteleer geschlossen habe, weil das die kleinste Waffe ist, die ich habe, wenn mir nicht so in der Sicht rum springt. Hä? Hä? Ich bin doch grad hochgekommen. Na ist ja auch egal. Hä? Ich habe ja schon schon eine Mission. So. Ähm. Dann rennen wir halt mal da lang, wo das Spiel will, dass ich lang renne. Und... Tun erstmal Dinge. Das muss in den Keller sowieso aussieht, oder? Oh. Scheint so. Oh. Das ist aber auch fies gemacht. Das sind die Fackeln der König. Ja, ja. Ich bin dran an der Materie. Guck mal hier. Was haben die blauen Dinger gleich nochmal gemacht? Ich habe keine Ahnung, was die blauen Dinger gemacht haben, ne? Ja. Äh. Quot Damage? Naja, das war halt sehr... Ha! Ich bin so gut. Echt, ich weiß... Halt nicht mehr was, die? Weißt du, blauen Dinger? Nein, nein, nein. Ach, dieses... Oh, toll. Nur eher? Das ist natürlich nicht nur eher. Aber er kriegt das mal ganz vorne ab. Doch nur eher? Also das wäre jetzt mit der Minigun übrigens wesentlich klüger gewesen. Anstatt das zu tun, was ich gerade getan habe. Ähm, naja. Ach schön, dass du... Wer seid ihr denn? Warte mal. Hm. Sonst haben wir ja ohne Fahrschein. Nö. Nö. Nachdem ich gerade erfolgreich runtergefallen bin. Und dafür muss ich... Was machen? Wirst du vielleicht einen Schalter finden, oder? Wirst du vielleicht einen Schalter finden, oder? Ah, jetzt bin ich oben an denen stark. Okay, oder? Okay. Natürlich übrigens auch schön, dass es keine unsichtbaren Wände sind, oder dass das Spiel einfach nur so weit schummelt, dass es dich immer wieder runterschmeißt von diesen Dächern. Jetzt renne ich aber gerade an meinem One-Up vorbei. Das finde ich ja auch nicht gut. Ich weiß nicht, was ich für diesen Beziehen kann, das dann halten soll, wenn du halt drei brauchst. Ein paar Imps. Ganz schön viele Imps. Ha. Kommen wir noch richtig Gegner, oder? Oder... Bleiben wir jetzt bei... Ah, da ist das noch richtig Gegner. Hallo. Gib zu, dass mein Tracking nicht das Beste ist. Na gut, Zeit, die richtigen Waffen zu benutzen. Weißt du es nicht? Totesvieh? Ich bin entsetzt. Na komm. Hm. Na gut. Das sind tatsächlich mehr Dämonen, aber eigentlich wird Doom sogar einfacher, wenn es viele kleine Dämonen sind, als wenn es... Oh. Warum brauche ich das denn schon wieder? Moment. Ich sehe einen BFG-Schuss, den können wir ruhig mal mitnehmen. Oh, ich habe die ganze Zeit volle BFG, ne? Welche Taste war BFG? Äh... J... B? Ich habe vergessen, welche Taste die BFG war, aber ich habe sogar anscheinend sowieso den Anmarkt dabei. Ja gut, das ist natürlich jetzt sehr traurig, dass ich auf diese... Warum ist das Ding eigentlich nicht explodiert? Das ist wahrscheinlich mein Glück, sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich gestorben. Aber ich dachte, ich hätte auf die Teile geschossen. Naja. Aber bis jetzt war auch noch nicht so eine Gelegenheit dabei, wo ich dachte, jetzt ist jetzt die BFG, um mich hier wieder rauszuholen. Pfff... Genesand, dass hier jetzt Leute so kleine Räume haben, wo die so Gelegenheit nerven. Oh. Oh, ich leide gerade am Gift. Wenn ich in diesem Fall nicht meinem Verlangen nachgehe, mit dem kleinen, schwachen Gegner als erstes erschieße. Aber das ist so. Warte mal, ich hab da hier noch was. Können wir doch nicht durch die Gegner entgegenwerfen. Das ist ja schrecklich. Bin ich jetzt hier nicht auf Kurs? Oder bin ich jetzt hier? Ich weiß nicht, auf Kurs ist ja langweilig. Oh, ah, das ist ja lustig. Jetzt sehen wir noch, wenn wir die Schrottwinter. Hä? Okay, ich stehe jetzt hier auf der Kante. Und jetzt? Bin ich zu früh? Scheinbar, oder? Jetzt bin ich bitterlich beleidigt, was wir machen hier? Okay, Karte. Ähm. Also, es scheint, dass das hier optional, aber... Ach, jetzt ist es offen. Hä? Gar, was noch tut. Das ist ja schrecklich mit diesen Gegnern, die immer vor mir stehen, plötzlich. Oh, Mann. So, bin ich jetzt auf Kurs? Nee, das sieht auch optional aus, oder? Aber das ist bestimmt nicht optional. Das sieht hier... Das sieht hier so aus wie der Weg, den ich weitergehen muss. Oder komm ich hierher? Ähm. Ähm. Also, es sieht irgendwie doch recht optional hier aus, das Ganze, ne? Ähm. Ist auch nicht so unendlich schwer, oder? Weißt du nicht so richtig, wo ich hier weiter soll? Ach, Scheiße. Würde ich bitte kurz beruhigen? Ich muss hier eben mal ein Raketenwerfer mal eben finden. Na gut, das war jetzt nicht ganz so klug von mir. Hätte ich um das Schrotten zu machen können. So, und dann... Muss ich jetzt wo weiter... Achso, da oben. Haben die Dinger sich vorher schon so schnell gedreht? Oh, fuck. Das ist zwar ein bisschen... Okay, ich glaube, ich muss noch das andere Ding nehmen, oder? Ich könnte auch da oben drauf. Reise... 850 Meter im Fleischerhaken? Das ist ja schön. Okay, das war ob's... Das war Pflicht, ne? Scheiße, ich fühl mich... Ich fühl mich gerade irgendwie nicht bereit für den anderen Scheiße, der jetzt hier kommt. Na ja, das ist alles. Ähm... Oh, warte mal. Hier ist der... Der Boden fühlt sich hiermit... Du kannst nicht rennen, gut. Oh, fuck. Das ist vor allen Dingen ein Start-Share-Effekt, ne? Aber eigentlich kann ich die Zeit gut strecken, wenn ich so kleinere Gegner angreifen würde, die... Das sind aber auch viele, ne? Ja, toll. Jetzt sind die natürlich jetzt... Aber das ist jetzt eher schlecht. Habe ich schon erwähnt, dass mein Plan daraus besteht, dass ich die Zeit strecke. Nämlich einfach abwarte. Ich habe doch gelevelt, dass ich mehr... Dass ich mehr Schaden mache. Dass ich mehr Gesundheit kriege, wenn die... Die durch Explosionen sterben, ne? Ja, das war wesentlich einfacher als der Erste, muss ich ja sagen, ne? Also der Erste davon war anstrengend. Der hier war jetzt hier eher so... Also ich hätte doch alles BFG'n können. Na gut. Ähm... BFG-Munition? Ja, es gibt hier gar nicht so viel zu mitnehmen, ne? Das ist... Oh, habe ich schon einen Codex übersehen? Anscheinend hätte ich nicht. Da hinten liegt auf jeden Fall der dumme Hammer. Ich nehme an, den krieg gleich... Krieg gleich in die Hand gedrückt. Das sieht nicht so aus, als hätte ich bis jetzt irgendwas übersehen, oder? Okay. Na gut. Bis jetzt alles noch... Oh. Was genau war eigentlich an... Was genau war ansturmen? Das war Quad Damage, ne? Obwohl Quad Damage heißt, was glaube ich Quad Damage? Commander Valen? Ah, das kriegt wahrscheinlich nur mit dem Hammer, oder? Den muss ich irgendwann mal kriegen. Ah, das ist er ja schon. Aber es ist nur ein Geist. Wo ist das Original? Weil die haben wir ja in der Hölle gesehen, oder? Mein Sohn wurde vom Fluch befreit. Und ich böse für meine Sünden. Äh. Zerstöre den Schwachpunkt. Wächterhammer-Anzeige. Setze den Wächter ein, um Dämonen zu betäuben, um deine Munition wieder aufzufüllen. Traktiere die Gruppen von Dämonen, die erhalten Ressourcen zu maximieren, um seine Anzeige zu füllen. Musst du den Schwachpunkt treffen, um Dämonen wie er gloriert. Achso, also du, das Ding kann ich jetzt, ist jetzt nicht so begrenzt. So. Ich höre meinen Glow-Kippern an Dämonen aus. Ähm. Stopp! Hammerzeit! Drücke vor, um den Wächter-Arm mit Dämonen in der Nähe, so bedennt. Stopp! Hammerzeit! Der Wächter-Armwander kann nicht, äh, kann nicht nur Munition wieder auffüllen, sondern auch die Effekte nach außen verstellen. Kombiniert den Wächter-Arm mit den Eisbomben für Gesundheit kombiniert mit den Flammenbräumen für mehr Rüstung. Kennen die Balls noch? Ein Fremd-Post-Dings, ja, okay, dann. Stopp! Hammerzeit! Mann, ist das dumm. Okay. Verbrennen, Wächter-Arm mit Rüstung. Achso. Ich hatte das Szenario gerade so interpretiert, dass ich alles machen kann. Oh. Äh, nein. Ich will auch nicht runden. Okay, also der Wächter-Arm ist quasi das bessere Schwert, weil das Schwert hat halt immer diese dumm... Ey. Hat halt immer diese dumme Munition gebraucht. Geister! Ah, ja, okay, können wir schon, okay. Okay. Moment, ich muss hier mal kurz... Ich muss mich wieder... Ich muss mich wieder kurz ordnen. Achso, das sind Hammeraufladungen. Ah. Oh, Mann, ey. Würdest du... Okay, dann nicht. Wo ist denn eigentlich der komische Geist? Wenn mich das... Wenn mich das Spiel auf den Geist hinweist... Dann würdest du ja bestimmt noch mal einen geben, oder? Ist hier weit und breit kein Trash-Mob in der Nähe? Ah, hier. Sorry. Oh, dann Trash-Mob im Moment. Wo habe ich denn diese verdammte Ballista? Da. Die ist aber auch nicht meine Prämie. Ah, hier. Ah, hier. Ah, hier. Ah, hier. Ich seh schon, der Hammer läuft wieder unter Too Good To Use. Oh, doch, warte mal. Stopp! Hammerzeit! Ach, das ist der Geist. Oh, warte mal. Dann müssen wir hier mal kurz... Ich muss hier mal kurz ein bisschen... ein bisschen Kontenanz bewahren. Mal ein bisschen Lebenspunkte sammeln hier, ne? Verdammte Geister hier. So, jetzt kommen wir noch mal hier. Ja. Ich hatte gerade für einen kurzen Moment befürchtet, dass ich echt nicht mehr genug... Ach, du Scheiße! Das ist ja echt nicht mehr genug Lebenspunkte für den Dings habt. Das ist ja noch einer! Da müssen wir hier mal kurz über Munition reden. Aber hier, Hammerzeit ist gerade nicht drin. Also gar nicht, ne? Ja. Ja, warte. Ihr seid... Ihr seid nicht mehr im Primärziel hier. Hab ich gar nichts mehr? Ähm... Wird hier gerade ein bisschen wild, ne? Guck mal noch nicht! Oh, das ist ein bisschen doof jetzt hier. Oh, fuck. Das könnte jetzt... Das könnte jetzt schlecht enden. Gib mir dein süßes Leben! Boah, haben sie neue Animationen für die... Für die... Für die Zombies gemacht? Ich wollte da ja ein bisschen Rüstung, wa? Wofür den Drücken haben auch mal so viel Schaden? Ist das eine gute Idee ist? Jo. Ich bin gerade selber überrascht, wie gut die Super-Schrubflinne ins Gesicht... gerade funktioniert hat, ne? Ich benutze zumindest ein Raketenwerfer echt selten, ne? Hey, Doomstupe 20! Juhu! Die gute alte Flickshot-Waffe, ne? Aber... Mit der Schrubflin kannst du ja wirklich... Zack! Tot! Machen! Bitte voll schön! So, na gut! Schön wart ihr gewesen! Haben wir jetzt also den Wächterhammer erfolgreich erprobt! Prächtig!